Fiat hat sein Mini-SUV 500X fürs Modelljahr 2019 aufgefrischt. Zu den wesentlichen Neuerungen gehören LED-Tagfahrlicht serienmäßig, neue Farben und zwei komplett neu entwickelte Motoren. Ein 3- und 4-Zylinder-Motor mit je 130 und 150 PS können ab sofort geordert werden. Das 3-Zylinder-Aggregat in Verbindung mit einem manuellen 6-Gang-Getriebe wirkelt im blauen 500X, der im Urban-Style daherkommt. Im rassig-roten Italiener mit City-Cross-Line-Paket ist der 150 PS Vierzylinder zusammen mit einem 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe verbaut. Wir dürfen heute im Fiat 500X die zwei neuen Benzinmotoren testen. Wir sitzen jetzt im Vierzylinder mit 150 PS. Der hat ein 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe. Da müssen wir einmal auschecken, wie das zusammenpasst. Der Motor ist echt spritzig, der hängt auch ganz gut am Gas. Der einzige Kritikpunkt ist so ein bisschen das Doppelkupplungsgetriebe. Das ist manchmal sehr gemächlich unterwegs. Was allerdings doch recht sportlich ist für ein kompaktes SUV, ist dieses Fahrwerk. Also der 500X, der liegt echt ziemlich straff in den Kurven. Manche würden das bemängeln. Wenn man einen Rücken hat, dann ist es natürlich manchmal ein bisschen schwierig. Aber ich persönlich muss gestehen, ich finde es extrem gut, weil man einfach sehr straff in der Kurve liegt und nicht wie mit so einem Kamel durch die Wüste schaukelt. Ich finde es gut. Der angedeutete silberne Unterfahrschutz ist der City Crossline vorbehalten. Äußerlich ist der 500er fast der alte geblieben. Geänderte Front- und Heckschürzen sind bei einem Facelift der Minimalstandard. 18 Zoll Felgen kosten je nach Design bis zu 1400 Euro Aufpreis. Unter der Haube verstecken sich die wesentlichen Neuerungen der neuen Modellgeneration. Mindestens 95 und maximal 150 PS leisten die angebotenen Motoren. Das LED-Tagfahrlicht ist jetzt Serie. Full-LED-Scheinwerfer gibt's über das Paket für knapp 900 Euro extra. Doch die wichtigste Frage, wie gut ist der neue 500X? Hier im Innenraum gibt's eigentlich auch nichts zu meckern. Wir haben sehr ordentliche Lederpolster. Leder ist so ein bisschen irreführend. Es ist Lederimitat, aber absolut ordentlich verarbeitet. Und auch sonst, die wesentlichen Neuerungen sind die Displays hier im Innenraum. Sowohl das Infotainment-System mit 7 Zoll, Apple CarPlay fähig, absolut in Ordnung. Und auch die Instrumentenanzeige hier in der Mitte zwischen dem analogen Tacho- und Drehzahlmesser, dies auch größer und besser abzulesen, finde ich in Kombination mit den hochwertigen Materialien und den lackierten Teilen hier im Innenraum ziemlich schick. Innen kann der 500X mit guter Verarbeitung und schickem Design punkten. Doch überzeugt der neu entwickelte 1-Liter-Motor? Jetzt interessiert mich natürlich noch brennend, wie der Dreizylinder in Kombination mit dem manuellen Getriebe funktioniert. Da werden wir gleich mal umsteigen. Aus dem 150 PS Vierzylinder-Motor steigen wir jetzt um in den neuen Dreizylinder. Das 998 Kubikzentimeter kleine, bei Fiat Firefly genannte Aggregat, leistet 120 PS und soll besonders mit einem nicht unbedingt geringen Verbrauch von 6,4 Litern pro 100 Kilometer punkten. Auf den ersten Metern fühlt sich auch der kleine Motor richtig agil an. Aber dass wir jetzt hier 30 PS weniger haben, das fühle ich jetzt erstmal so gar nicht. Jetzt am Berg merkt man es schon, da muss man dann wieder zurückschalten, also man muss ein bisschen mehr arbeiten. An Steigungen bekommt das maximale Drehmoment von 190 Newtonmeter mit den rund 1500 Kilo Lebendgewicht des 500X etwas Probleme. Manchmal gibt es das Getriebe, hat ein bisschen lange Schaltwege, das ist vielleicht der einzige Kritikpunkt. Aber insgesamt, die Einheit gefällt mir doch sehr gut, wenn man hier auf der Landstraße unterwegs ist. Ich könnte mir vorstellen, dass für die Stadt vielleicht die Kombination mit Doppelkupplungsgetriebe einfach die bessere ist, weil man schaltfaul und damit sehr komfortabel fahren kann. Doch die Motoren und Getriebe sind bei Fiat nicht frei konfigurierbar. Den Dreizylinder gibt es nur mit manueller Schaltung, den Vierzylinder nur mit Doppelkupplung. Der direkte Vergleich soll eine Entscheidung herbeiführen. Welche Motorgetriebeeinheit ist empfehlenswert? Mein Fazit zum Fiat 500X fällt relativ einfach aus. Beide neuen Motoren sind absolut ausreichend. Ich würde sie allerdings anders konfigurieren. Ich würde den Dreizylinder mit dem Automatik- oder Doppelkupplungsgetriebe nehmen für die Stadt, um einfach sparsam und schaltfaul arbeiten zu können. Und den Vierzylinder für Überlandstrecken würde ich auch durchaus mit dem manuellen Getriebe sehen, weil es einfach ein bisschen sportlicher ist. Insofern kommen wir zu den Vorteilen. Wir haben halt technisch ein runderneuertes Fahrzeug, was das Infotainment-System angeht, die Motoren. Und für den Preis ab 17.500 Euro plus ein bisschen Ausstattung natürlich, rund 20.000 Euro, muss ich gestehen, finde ich den Fiat 500X ein sehr faires Angebot. Und ich verstehe, warum der in seiner Klasse so erfolgreich ist. Trotz der restriktiven Getriebepolitik wird wohl auch das neue Modelljahr wieder zu einem großen Erfolg. Und eine weitere Flexibilisierung könnte den Erfolg noch weiter steigern. Untertitelung des ZDF für funk, 2017